3, 2, 1, los geht's! Die Kiste läuft, geht in die Grabe, ihre Fans laufen hinterher, liebe Gäste, einen Applaus für unsere Rennsau. In der Kurve ein leichtes Schlenkern, aber Fringo, jetzt müssen sie gleich bei dir sein. Ja, das schaut sehr gut aus, das schaut wirklich toll aus, da nimmt sie eine Hand weg, kommt leicht ins Schlenkern. Aber nichts passiert, sie trifft zwar die Reifen, aber nichts passiert. Da nimmt sie die Hände weg, da trifft sie die Reifen und die Reifen, schieben sie weg.